Eis, Eis, Baby, Baby, Eis, Eis. Hast du was genommen? Eis, Eis. Nach Müde kommt Doof, habe ich mal gehört. Was kommt? Hallöchen, ihr Schmantane und willkommen zurück zu Hexe, mit dem Balou. Hallöchen. Hallöchen. Ja, lang, 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 es kam jetzt insgesamt die Woche dreimal kein Hexe, die kann man da nur umsetzen. Dreimal? Bei mir sind es... Dreimal? Montag hatten wir keins, Donnerstag hatten wir keins, gestern hatten wir keins. Stimmt, es ist wirklich dreimal. Ja, dreimal kam diese Woche kein Hexe. Ich habe ja ein bisschen geguckt, dass ich trotzdem was bringe und hat ja auch halbwegs geklappt. Der Balou, der hatte nicht wirklich Zeit und das hat sich halt alles per den Termin her nicht wirklich gepasst. Deswegen wird es einfach zu knapp. Aber jetzt haben wir ja das Wochenende wieder Zeit. Genau. Heißt, heute und morgen kommen wir auf jeden Fall... Jetzt gerade und morgen kommen wir halt wieder. Auf jeden Fall. Neue Folgen. Oh ja. Und ja, es ist schon sehr spät. Ich habe gerade meinen Stream beendet und es ist halt sehr spät und der Danny ist nicht da. Der Kromi, der schlägt auch. Deswegen sind wir nur zu zweit. Machen wir das mal geschmeidig. Machen wir heute mal zu zweit. Richtig. Ja, ich will jetzt mal ein paar Sachen tun, die ihr da fleißig schreibt. Ich habe hier einfach so viele Kommentare in meinem Merkenordner drin. Echt? Ne, ne, ne. Ich schreibe sie mir alle raus. Ich kopiere mir die alle raus. Cool. Also ich gehe eine Runde fischen. Was ich damit vorhabe, das sehen wir dann gleich. Nach der Werbung. Nach der Werbung. Wir haben kein End? Ja, Leute, ihr seid lustig. Hey, du brauchst einen Dissensextraktor. Den musst du dir holen. Wow, ich brauch dafür einen Endzone. Ich muss auch einen Endzone hernehmen. Was ist denn da? Haben wir vielleicht? In Essenz ist Extractor. Was ist denn das? Da kannst du XP speichern und irgendwie sowas. Und bekommst, auch wenn du gestorben bist, die IP davon. Das klingt nicht schlecht. Wobei, dieses komische Teil, was wir da, dieser, dieser, ähm. Also ich glaube, es ist sinnvoller, sich so eine Wiederauferstehungsfeder mit sich rumzuschlören. Phönixfeder. Phönixfeder? Ja, es gibt Phönixfedern. Ich hab Drachenmeine mit mir rum. Da, wenn du stirbst, stirbst du nicht, sondern kommst einfach mit ein paar HP wieder ans Leben. Hilft dir jetzt nicht, wenn du in der Lava bist oder so, aber im Allgemeinen ist es nicht schlecht. Okay. Ach, du duselige Angel, ey. Angel doch mal hier. Ich verbräuchte Gasteer, Blaze, Rot, Powder und Feather. Was will ich mir jetzt mal? Und die Funks sind, das Funks sind ja aber nur einmal, ne? Ja, ja, genau. Dann ist die verbraucht. Dann verschwindet die auch, glaube ich. Mein Handy geht jetzt gerade am Rad. So ein Gäst hier, die werden wir doch irgendwo haben. Och, was denn jetzt? Alter, ich triff gerade richtig krass die Müdigkeit, ne? Warum das? Wie lange bist du wach? Ich hab die Nacht einfach kaum geschlafen, ich hab vier Stunden die Nacht geschlafen, bin wieder seit neun Uhr wach und jetzt ist es gerade 20 vor zwei. Ich bin einfach so krass, mit dem mein Handy eskaliert einfach. Sag mir mal, ich wollte dich schon immer mal fragen, woher kommt eigentlich die Begrüßung? Hallo, ihr Spartaner. Ich weiß es nicht, wo ich das mit den Spartanern herhabe. Warst du zu oft in, wie heißt es? In 300? Ach, das ist der Zander, der mich dicht spannt. Der Zander. Schreib mir mal, er soll die Schnauze halten, wir werden aufnehmen. Ruf ihn mal an, ruf ihn mal an. Der Zander ist nämlich krank, der Arme. erkältet, hab ich gehört. Warte, ich... Hey, du Spartaner, was denn los bei dir? Die ganze Zeit eskaliert mein Handy, Baloo, ich drehe am Rad, was denn los bei dir? Ja, 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 ja. Sag mir, gib mir auf den Sack. Ja, erzähl. Äh, stream nee, ich nehm grad Hexe da auf. Ja, ich dachte, ruf ihn mal an. Ja, erzähl, schnell. Schnell atmen, ich angel eh gerade. Okay. Ja, ähm, kann ich leider noch anrufen, wenn wir fertig sind? Kann sich nur um Stunden handeln. Oh, wie kein Fisch anbeißt. Ja, das ist mir klar, das ist mir klar. Ja, nee, ja, ich rufe dich gleich zurück, ich rufe dich dann nochmal an. Folge, geht ja nicht lang. Bis gleich. Weiß, kein Fisch. Alter, ist der Typ verplant, ist der Typ verplant. Musst du ja nicht auch irgendwann mal schlafen? Ja, weiß ich nicht. Er hat gesagt, oh, ich geh. Ich geh da schlafen. Ich bin so krank. Mä, mä. Ich mag kein Blatt. Ach nee, das war ein anderes Mährchen. Wow. Och, Alter, diese Kackfische haben wir... Ja, ich hab alle genug. Soll ich nochmal gucken, wie das funktioniert und dann machen wir was ganz Lustiges. Mä. 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 Ich weiß, ich bin einfach ein bisschen planlos in den letzten zwei Folgen, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Die Sachen, die ich machen könnte, dafür bin ich im Moment einfach zu faul, weil die zu anstrengen. Komm mit. Komm mit, Early. Komm mit. Wir müssen etwas außerhalb gehen, weil ich will das nicht hier machen. Komm. Komm, kleiner Early, komm. Komm, wir gehen da, ich weiß nicht, hier drüben irgendwo. Ne, hier ist zu viel Wasser. Haben wir irgendwo was? Land? Land, Dünsel. Ah, hier ist ein guter Ort. Weißt du, wo ich bin? Hallo. Heidi. Hallo. Weißt du, was das hier ist? Ja. Mach, Raul. Halt, halt, halt. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Ich habe was vergessen. Ich glaube, man braucht da noch einen Teil für. Nein, brauchst du nicht. Sicher? Es ist ein Meteor eingeschlagen. Komm her, hier ist ein Meteor eingeschlagen. Kommst du her? Ja, gleich, warte, gleich, gleich, gleich. Ich will mal irgendwas nachgucken. Aber Louis, die Sachen verschwinden. Das ist ein Eismeteor. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich glaube, man braucht einen Launcher, oder? Nein, brauchst du nicht. Deswegen kannst du es so benutzen. Dann reicht die Maustasse. Nee, wenn nicht. Komm, erstmal helfen wir mal eben hier. Oder, ich sehe hier nichts. Oh, es blinkt. Bling, bling. Ja, klar, weißt du, ich sehe es schon, dass gleich wieder so ein Mega-Creeper kommt und ich einfach mit einem Schlag tot bin. Oh, finde ich gut. Ah, spinni. Eis, Eis, Eis. Eis, Eis, Baby, Baby. Eis, Eis. Hast du was genommen? Eis, Eis. Nach Müde kommt Doof, habe ich mal gehört. Was kommt? Nach Müde kommt Doof. Du Doof, komm. Nee, du? Ein bisschen. Mein Junge, ich leide ein bisschen. Was willst du denn mit dem Zeug? Was ist denn da? Ach, das ist die Frieseritt. Das sind die seltenen Essenzen hier. Oh, ja, so geil. Ja, Eis. Eis, mach. Hallo. 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 Alter, der erste Baum ist voll, no. Wir müssen einen Hallo-Song schreiben. Müssen wir uns nur noch einen Text überlegen. Ach, nee, einen Text haben wir. Aber ich meine... Einen Text haben wir. Hallo. 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 Genau. Hallo. Alter, der ganze Baum ist voll hier. Hallo, 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 hallo. Irgendwie so. Läuft bei dir, Läuft bei dir. Wie viel von dem Ding ansehen hier noch? Der ganze Baum ist voll. Der ganze Baum ist voll. Vielleicht ist er einfach ziemlich gut. Weihnachtsbaum so. Blumen im Garten. Blumen im Garten. So 20 Arten. Von Rosen, Elken und Narzissen. Leiste mich heute. Die meisten Leute. Das will ich alles gar nicht. Ich glaube, dieses Lied habe ich ohne Scheiß bestimmt schon in drei Folgen gesungen, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, das wird immer fängig sein. Das habe ich einfach immer im Kopf, wenn ich hier so mit Blumen umspiele. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkan. Hallo, hallo, hallo. Was brauche ich, rote Rosen? Was brauche ich, roten Mohn? Hallo, hallo, hallo. Und wenn dein böse Wicht wie Ali, was ungezogenes spricht wie Ali. Oh nein, ich bin unter Wasser und ich erstattet. Mein kleiner Kaktus, untersticht. Oh, Alter, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkan. Holly, Holly, hollo. Ja, haben wir den auch. Aber da ist noch eins, eins habe ich noch. Da habe ich noch. hier ist ein dimensionsportal was wir noch nicht benutzt haben hier ja ja das macht sich drin ich eh nix drin los kommen ich will das jetzt anzünden noch vor die folgezellen haben wir hier wie das geht nicht admin ausbrennen das liegt aber nicht da wo ich den namen wollte aber nicht ansatzweise jetzt passiert ja guckt mal da sind sie weltraum ich weiß man kann die zähmen vielleicht du bist gerade sehr weit vom mikrofon ja ich war und wo ist der commit eingeschlagen ich sehe das gar nicht hier wo ich stehe wo ist sie hin wo sie hin die weltraum mit sie so viel arbeit gewesen dahinten da ist sie noch ich beobachte sie ich beobachte dich du machst keinen schritt ohne mich und für stelle haben ja dann hol mal schnell oder du passt auf die miete auf und ich angel 0 komm hier hier die haben mehr leben als in ozulot und die haben feuerresistenz da können wir sie mit in das annehmen mit sie bleib hier muss angeln für dich fisch also okay du kannst nur neu bekommen wenn du die mit weitere commit kittys hier ist eine mit sie wo ist sie ja hier bei mir warte nicht mehr kann ich hab fisch komik 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 warte habe sie gleich sehr ruhig da euch das hat nicht gereicht einmal hat nicht gereicht oder ist doch nein ein fisch hier hat nicht gereicht und schrott los war ich habe auf fresse gekriegt von wem schneller droppt doch endlich also ich meine gebe es an das müsste auch tnt angeln tnt angeln kennst du dich den thema und dann kommt da ganz viele fische raus ja klar meinst du nicht ich würde sagen bevor balu jetzt auf die idee kommt da irgendwie den kompletten what the fuck ist das den kompletten see in die luft zu sprengen machen wir vorsichtshalber hier ganz schnell die folge wenden bevor das hier noch schief geht genau da können wir natürlich speichern damit balu nicht die welt zerstört genau machen wir das gut ihr spartaner wir sehen uns in der nächsten folge bei hexen du hast gelacht ja wegen spartaner und ich war noch nicht weiß woher es kommt keine ahnung ich weiß es nicht irgendwann finden wir es raus wir sehen uns in der nächsten folge wieder wir werden irgendwann herausfinden ich weiß nicht bei irgendeiner folge fing ich an mit spartaner denn hier habe ich immer spartaner genau keine ahnung wir sehen uns in der nächsten folge wieder mit dem baui und wir haben noch ein schönes wochenende und schön immer schmeidig bleiben auch darin tschüss und tschüss